Die Verzweiflung ist groß hier in der Mayerhofgasse 4, dem neuen Obdachlosenheim in Eisenstadt. Erst vor kurzem stellte der Besitzer die Privatstiftung Esterhasi dieses Gebäude dem Freiraum Pannonien zur Verfügung. Die Stiftung hatte das ehemalige Privathaus von Altinnenminister Franz Zoronitsch erst kürzlich erworben und noch nicht in Verwendung. Zum Glück für den Freiwilligenverein, der sich vor Anfragen kaum noch zu retten wusste. Wir haben es erst seit kurzer Zeit und es sind dann täglich an zwei Leute gekommen, es sind auch schon wieder ein paar gegangen, aber im Moment haben wir acht Leute fix da. Wir haben eine Dame mit Gewalt im Hintergrund, einen jungen Burschen, der momentan gerade irgendwie aus allen rausfällt, dem es psychisch nicht sehr gut geht. Ein paar Männer, die aus verschiedensten Gründen in Not gekommen sind. Hauptsächlich kann man schon verfolgen, dass es Männer sind. Der Bedarf ist also auch im Burgenland gegeben. Das Vorurteil, Obdachlose gebe es nur in Großstädten und nicht in ländlichen Gebieten, hält schon lange nicht mehr. Bis zu vier Wochen wird Bedürftigen hier Quartier gewährt. Dann sollten sie eine Lösung parat haben. Und das ist meist nicht leicht. Wir müssen einmal schauen, ist die Person finanziell abgesichert. Wenn nicht, dann müssen wir halt zu den Behörden schauen und hoffen, dass uns jetzt das Sozial-Landesreferat helfen wird oder die zuständigen Sozialämter. Wir werden schauen, dass sofern der Mensch noch vermittelbar ist, dass er einen Job kriegt und ihm so lange helfen und begleiten, bis er wieder selbst auf eigenen Füßen stehen kann. Das Telefon von Andrea Roschek läutet derzeit fast ununterbrochen. Oft sind es großzügige Spender, die Essen, Kleidung oder Möbel vorbeibringen möchten. Oft sind es aber auch Gespräche mit den zuständigen Behörden. Nicht leicht sei es, finanzielle Unterstützung von öffentlicher Hand zu bekommen, so Roschek. Vor allem ist die Zeit hier der größte Feind. Ja, also momentan bin ich froh, dass ich hier bin, weil es gibt im Burgenland sonst nichts. Und wir müssen ja alle auf Wien rauf. Dort war ich auch eine Zeit lang, aber dort ist keine ruhige Lage. Da sind mehr Leute. Und ja, das habe ich jetzt auch dort in der Zeitung erfahren und habe mich dort ein bisschen umgehört. Und dass ich jetzt im Schützdam-Gebirge eine neue Wohnung bekomme. Nur fehlt mir leider die Kaution. Und deshalb werde ich jetzt auf das Sozialreferat gehen, weil ich hoffe, dass mir dort weitergeholfen wird. Ich bin am Arbeitsamt gemeldet und bekomme dort den Notstand. Aber das ist leider zu wenig. Ein wichtiger Tag also für Walters Zackerl. 900 Euro macht die Kaution aus und ohne Unterstützung wird er sich sein Eigenheim, eine kleine Mietwohnung, wohl auch nicht verwirklichen können. Von einem Eigenheim träumen auch zahlreiche Obdachlose in der Bundeshauptstadt. In Wien gibt es seit einigen Tagen allerdings eine ganz besondere Notunterkunft. Ein Bordellbetreiber stellt frierenden Menschen ohne Wohnung Zimmer zur Verfügung. Das ist mein Zimmer. Seit einer Woche hier wohne ich. Am Montag um 9 Uhr in der Früh waren die ersten beiden hier. Und denen dürfte es so gut gefallen haben, dass sie dann eben quasi die Kollegen, entweder aus der Kruft oder aus einem anderen Anhalt, so einem Notschlafquartier mitgenommen haben. Und es waren insgesamt die ganze Woche vielleicht 14, 15 Personen hier. Und wir haben das jetzt sogar bis Mittwoch verlängert, weil die Kälte doch noch da ist und wir noch zwei bis drei Zimmer frei haben. Und es ist tatsächlich wie im Hotel. Ein eigenes Zimmer, wo sogar die Bettwäsche immer frisch ist. Gliðko, wo es jetzt underneathиться peut. Töpige. Sof.